Die Austrian Barbecue Association, kurz ABBA, lädt zum Auftakt in die neue Grillsaison. Viele Partner, Sponsoren und Gönner folgten der Einladung in die Ottakringer Brauerei Wien und ließen sich mit Grillspezialitäten verwöhnen. Das große Thema ist natürlich das Grillen und die Jahreszeit dafür ist schon lange nicht mehr nur der Sommer. Auch der Winter bietet die Möglichkeit für exquisite Schmankerl vom offenen Feuer. Grillen hat in Österreich einen sehr hohen Stellenwert. Total wichtig, besonders wichtig. Die Grillsaison ist für uns einer der großen Hauptsaisonzeiten. Für uns als Grillerzeuger ist es ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit der ABBA. Ja, also wenn man es aushält an einem Pumschstamm zu stehen im Winter oder an Pumsch zu trinken, dann ist es umso besser an einem warmen Grillen zu stehen und umso grün. Ich freue mich auf die Grillensaison. Also die Grillerei ist einfach Freiheit, ein Miteinander. Ich mag einfach den Genuss von frisch rausgekriegtem Fleisch, das ist einfach herrlich. Die Grillen ist wirklich ein starker Umsatzbringer. Wenn man jetzt ganz weit in die Evolution der Menschen zurückgeht, fühlen sich Menschen einfach bei offener Flamme wohl. Das ist so, das ist in uns verankert. Ja, wir propagieren sowieso die Philosophie, grillen bei jedem Betttag. Und während Gu Gabriel mit ihrer Gesangs-Performance für Abwechslung sorgt, blicken die Gäste zurück auf die vergangene Grillmeisterschaft, aber auch vor allem voraus auf die bevorstehende. Also wir in Steins, für uns war es auch einmal eine Premiere. Es ist ja das erste Mal, dass die Grillmeisterschaft bei uns war. Und für uns war es eigentlich ein voller Erfolg, rückblickend gesehen. Aber wir haben vor 15 Jahren einmal in Kärnten die Meisterschaft organisiert, das haben wir selber gemacht. Und jetzt ist es schön, dass wir die Runde gedreht haben und wieder einmal zu kommen am Klubeiner See. Die Grillstaatsmeisterschaften sind jedes Jahr das Highlight für alle Grillbegeisterten. Und der Austrager ist die Austrian Barbecue Association, kurz Ader genannt. Das ist einfach das Mecker für diejenigen, die ganz einfach ihre Leistungen am Grill beweisen wollen. Und dazu sind alle herzlich eingeladen, von Firmen bis zu Privatpersonen, ganz einfach den Griller anzuheizen. Und ich würde sagen, die Produkte vergolden und nicht verkohlen.